So, ich will gleich unsere Mösch machen und ich will jetzt den Online-Misch machen, den ich gerade halt outen. Warte, bevor wir die noch mal in den Infovideos hier haben. Hey, jetzt geht's los. Ich habe meinen eigenen YouTube-Kanal rein erstellt, aber weil ich den, weil ich werde auch noch ein paar Spieler, noch ein paar Simpsons-Spieler noch hinzufügen, wo ich dann, auf jeden Fall werde ich auch bei meinem Simpsons-Spieler-Verein natürlich auch früherer Spieler funktionieren, aber auch ein paar Spieler, wo ich selber erstellt habe, das heißt, der Verein wird einmal noch mal neu erstellt. Und dann werde ich auch ein paar Spieler nachpatchen, wo ich selber erstellt habe. Das heißt, die Karriere wird wieder von vorne beginnen. Der Daniel ist ja online, oh mein Gott, er ist wieder zurück. Wenn wir sagen, ich will gleich den Online-Misch machen, den Reala Dauti, und es wird dann dabei gleich immer ein Livestream.